Im Alten und im Neuen Testament finden wir immer wieder das Bild von dem guten Hirten und den Schafen. Mit den Schafen sind wir Menschen gemeint und mit dem guten Hirten ist Jesus gemeint. Es lohnt sich wirklich, sich Zeit zu nehmen und besonders auf dieses Bild in der Bibel zu schauen, das zu studieren, das nachzuvollziehen, sich bewusst zu machen, was ist denn da gemeint? Was meint Gott in diesem Bild für mich ganz persönlich? Da lesen wir im Neuen Testament, ich habe meine verlorenen Schafe gefunden. Die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen. Die Schafe folgen ihm nach. Er ist die Tür zu den Schafen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Für uns ist es ganz wichtig zu wissen, zu wem wir gehören. Für uns ist es ganz wichtig zu wissen, wem folge ich in meinem Leben? Wer gibt das Ziel vor? Mit wem bin ich unterwegs? Wer spricht in meinem Leben? Wem glaube ich? Und wo weiß ich, dass ich einen Hirten habe, der gut ist und der mich sicher führt und der mich zu frischem Wasser führt? Der Psalm 23 ist ein lohnender Psalm, den du lesen kannst, darüber nachsinnen kannst, meditieren kannst. Was ist das für mein Leben? Was möchte Gott in meinem Leben sein? Was möchte Jesus mir durch dieses Bild des guten Hirten in mein Leben sprechen? Wenn du das Gefühl hast, ich bin aber nicht mit diesem Hirten unterwegs. Ich habe eigentlich eigene Ziele und ich weiß, dass diese Ziele nicht gut sind für mich. Ich habe mich negativen Stimmen zugewandt. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen und laufe falschen Dingen hinterher. Und ich habe wirklich ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es nicht richtig ist und dass es Dinge sind, die mich von Gott getrennt haben. Dass es Dinge sind, die mich separiert haben, die mich von Gott weggeleitet haben, die mich von Jesus weggebracht haben. Im Neuen Testament lesen wir darüber, dass der Hirte in diesem Bild 99 Schafe zurückgelassen hat, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen. Und das ist heute die Botschaft für dich. Wenn du dich vielleicht abgewandt hast, auf falschem Weg abgekommen bist, dann kannst du sicher sein, heute ist das Wort für dich, dass der Herr in deinem Leben sprechen möchte, dass er dich sucht, dass er dich ruft, dass du seine Stimme hörst, ihm folgst, umkehrst und dich ihm wieder zuwendest. Im Alten Testament lesen wir, doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks schrecken. Oder in allen Dingen erkenne nur ihn, so wird er dich recht führen. Nimm dieses Wort in deine Situation, nimm deinen Glauben und streck ihn aus nach Jesus, dass du seine Stimme heute hörst, umkehrst und zu ihm zurück findest. Er ist der gute Hirte für dein Leben. Gott hat mehr für dich.